Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer sitzt sie? Das hier wagen, sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meint euch das einfach, Gekker? Der Minister hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die ist es! Die gesamte Generalität ist nichts weiteres ein Haus, nie das verrestige, treulose Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Ich setz Feiglinge! Verreißer, Verzager! Mein Führer, Was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zuckerbracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer klar behält! Jahrelang hat das Militärmele Aktion in Lübe hielt! Es hat mich jeden Tag nur als Wettkicken... Widerstand! Ich... Ich... ... Vielen Dank.